Upsi. Ich bin wirklich sauer auf dich. Die erste Challenge macht mich ja meistens nur körperlich fertig, sondern nur von der Psyche. Aaron Troschke, nehmen Sie diese Challenge an. Dann habe ich es schon gesehen. Das Übel war vor mir. Schwabelt es um mich, denke bitte. Es ist so schlimm gewesen. Jede Sekunde kann es einschlagen. Ist das unangenehm. Und er hat irgendwie voll komisch reagiert.